Ich würde sagen, es läuft, haben wir hier gut gemacht, die beiden gegeneinander ausgespielt. Willkommen zurück, meine lieben lumpigen Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch lumpig werden wollen, zu einer Runde B-B-B-Bad Wars auf der Map Modern. So, alles klar, ich würde sagen, wir brauchen noch ein bisschen Bronze, das reicht auf jeden Fall noch nicht. Können wir von hier aus, ja, wir können von hier aus direkt auf den Villager zugreifen, das ist ja mal perfekt, das gefällt mir ja mal richtig gut. So, hier mal ein Lederhelm, haben wir das auf jeden Fall schon mal. Dann Blöcke gehen auch klar, dann hole ich mir mal noch, sind hier zwei Eisen gedroppt, jawohl, sogar drei. Perfekt, ein Schwert auf die Eins und eine Brustplatte, zack, und dann können wir uns auch schon auf den Weg machen hier zum gegnerischen gelben Team. Und schauen einfach mal, was da so bei dem abgeht. Sagen die mal so, Hallöchen. Boah, ich kann den schon riechen, Alter, hat der sich eine Woche nicht gewaschen, oder was? Mensch, Mensch, Mensch. Ekelhaft. Boah, ekelhaft. So. Ein bisschen aufpassen, okay. Der ist da gerade noch ein bisschen beschäftigt. Was baue ich hier? Ich baue hier irgendeinen so Mist nur, ne? So. Der scheint mir jetzt nicht so der Boss zu sein, weil wenn man sich eine Woche nicht duscht, dann kann man nicht der König sein. Dann kann man nicht der König sein. So ist das nun mal. So. Zack. Okay, er hat einen Pushstick, den habe ich gesehen. Warum kauft er sich Glas, Alter? Will der das hier mit Glas zu bauen, oder wie? Ist auf jeden Fall ein richtiger König, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich habe mich entschieden, dass er doch ein König ist. Richtiger Design-Fetischist, Alter. Richtiger Nico. So. Alles klar. Gehen wir weg, weiter zum nächsten. Wir machen einfach hier unsere ganz gewöhnliche Taktik. Vielleicht können wir gleich mal wieder in die Mitte gehen, wenn hier jemand eine Connection hat in die Mitte. Dann laufen wir die. Aber ich mag es irgendwie nicht, die zu bauen, persönlich. Weil ich meist finde so, ja gut, das kostet so viel Zeit. Das Bauen ist langweilig. Das Bauen unterhält nicht. Der Lumpen allgemein ist langweilig. Der Lumpen allgemein unterhält. Ach du Scheiße. Wo kam der denn her? Das passt mir aber gerade überhaupt gar nicht. Das gefällt mir nicht. Nee. So, Brustblatt haben wir schon am Start. Das ist gut. War gar nicht so schlecht, dass wir die schon gemacht haben. Zack. Zack. Ähm. So, ich mach mir mal auch die bessere Brustplatte noch. Einfach, weil wir es können gerade. Einfach, weil wir es können. So, komm her. Ja, komm doch her. Jetzt hab ich keine Spitzhacke, ne? Ja, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Kein Problem. Kein Problemchen. Alles klar. Sehr gut. Gefahr abgewehrt. Oder erstmal beseitigt. So. Komm, gib mir Essen, Spiel. Sehr gut. Machen wir uns jetzt auf den Weg zu dem. Jetzt gehen wir wieder zu Rot. Schauen wir da mal vorbei. Ob er jetzt ein bisschen positiver gestimmt ist. Ich glaube, er ist am Kämpfen da hinten. Ja, oder? Sind da zwei? Tue mal. Lass mal analysieren. Ja. Da sind zwei. Gut. Rot läuft durch. Zu Orange. Der hat das anscheinend irgendwie nicht gecheckt. War der auf K? Oder was hat der gemacht? Den fahren wir auf jeden Fall. So. Den bauen wir mal weg. Der hat nämlich keine Spitzhacke. Dann holen wir uns jetzt das Bett. Würde ich mal behaupten. So. Komm her. Rot. Rot geht zu Orange. Orange ist noch bei Orange. Alles klar. Dann holen wir uns jetzt die beiden. Dann holen wir uns jetzt die beiden. So. Sowas habe ich nämlich keine Lust. So. Abmarsch. Noel. Ciao. Danke fürs Mitspielen. Du verabschiedest dich. Sehr schön. So. Dann ab zu Blau. Ich würde sagen, es läuft. Haben wir hier gut gemacht. Die beiden gegeneinander ausgespielt. Echt stark gemacht. So. Jetzt zu Blau. Jetzt zu Blau. Jetzt zu Blau. Jetzt zu Blau. Diesmal gucke ich gleich mal nach hinten. Dass wir hier wieder böse überrascht werden. Okay. Was macht der die ganze Zeit? Der hat anscheinend auch noch nicht wirklich viel gemacht. Baut der sein Pad auch mit Glas zu? Oder äh. Wie sieht's aus? Ich weiß es nicht. Wir müssen halt trotzdem aufpassen. Jeder Gegner ist gefährlich. Gerade wenn er so aussieht, als wäre er nicht allzu gefährlich. Sind das meist die größten Feinde. Okay. Hat das irgendwie mit Cobwebs gesichert? Alles klar. Kommen wir schon dran? Ja. So. Wo ist der Schlawiner? Der hat das Spiel verlassen. Okay. So. Hier hinten ist schwarz. Dann gehen wir direkt zu schwarz. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier so eine kleine Russia Runde mal wieder. Einfach von Base zu Base. Eisen Golem MC. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob er uns mit der Eisen Golem Power über den Haufen rennen kann. Hier kurz ein bisschen gucken. Alles klar. Er läuft schon weg. Ich verstehe nicht, wie man aus der Base weglaufen kann, wenn man sieht, jemand greift einen an. Das ist für mich irgendwie unverständlich. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob das irgendwie so eine Taktik ist, von der ich noch nichts weiß. Oder ob ihr das, wie ich, ein bisschen komisch findet. Okay. Er rusht jetzt Pink. Kommt mir eigentlich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. So. Dann gehen wir da auch hin. Dann gehen wir da auch hin und bringen das Spiel zu Ende, würde ich mal behaupten. So. Schwarz baut er ab. Alles klar. Ja. Schwarzes da am abbauen. Wir holen uns jetzt erstmal den Schwarzen. Lol. Alter, was ich da für Hits gerade reinkriege. Ist ja nicht mehr lustig. Wir holen uns den jetzt trotzdem. Wir müssen erst den Schwarzen töten. Dann wird der zu uns gehen, oder wie? Geht der zu uns? Ich weiß es nicht. Ich mach mir mal einen Warp-Powder. Ähm. Wo ist das denn? Unter Extras, ne? Müsste unter Extras sein. Zack. Ja. Der wird zu uns gehen. Der wird zu uns gehen. Warte. Canceln. Äh. Ja, was machst du denn? Willst du zu mir, oder willst du nicht zu mir? Das dauert sechs Sekunden, das Pulver, ne? Das dauert sechs Sekunden. Das müssen wir uns merken. Da ist er. Okay, er hat keine Spitzhacke, ne? Er hat keine Spitzhacke. So, den haben wir. Jetzt müssen wir wieder zu Pink. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. So viel Aufwand. Mensch, Mensch, Mensch. Zack, zack. Aber das ist diese Sache. Wenn jemand auf mein Bett geht, geh ich doch direkt hinterher. Wie kann ich denn aus der Base weglaufen, wenn ich sehe, jemand möchte sich mein Bett holen? Das verstehe ich nicht. Also wirklich. Da müsst ihr wirklich mal in die Kommentare schreiben, ob es da irgendwie irgendwas für gibt. Leon Craft möchte Team. Digga, wir sind die letzten beiden. Hier mal kurz ein bisschen ausbauen. Weil ich den Pushstick gerochen habe von ihm. So, er verabschiedet sich. Wir sind stehen geblieben. So gehört sich das. So muss das sein. So, erste Kiste ist weg. Tschüss. Okay, guten Flug. Willkommen an Bord der R573.427. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug und einen schönen Aufenthalt im Träumeland. Alter, wie der das wirklich so stark gesaved hat. Gibt es ja gar nicht. Tschüss. Leon. Warte, ich baue den mal ein. Einfach am entspanntesten. Ja. Gut. Kann sich wahrscheinlich jetzt irgendwas für Eisen kaufen. Aber soll uns erstmal nicht jucken. Erstmal das Bett. Kommen wir da schon dran? Ja. So. Tschüss. Leon. Leon. Leon, Mensch. Geht doch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Bleibt er lumpig. Lass doch mal ein lumpiges GG in den Kommentaren. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Vielen Dank.